Einen wunderschönen guten Abend, es ist Freitagabend, es ist kurz nach 23 Uhr, Sie sind im ZUF und das ist Lanz Koch. Unser Thema heute, Geburtstagsparty und wir begrüßen zu dieser Geburtstagsparty außerordentlich herzlich Horst Lichter, Johann Laffer, Cornelia Poletto, Alphonse Schubeck, Johannes King und Claudia Schwarzen. Eine verschärfte Hose, meine Damen und Herren. Hallo, Frau Schwarzen, hallo. Ja, Alons, wenn schon, denn schon. Nein, du hier. Du hast einen Schauberstab mitgebracht, hab ich gehört. Freut mich sehr. Hallo. Servus. Also, ich grüß dich. Hallo. So. Guck mal, die Leute sind vollkommen aus dem Häuschen. Das ist unglaublich. Ja. Man merkt gerade, was das Thema heute ist. Ja. Das kommt direkt durch. Sie sind vollkommen aus dem Häuschen, ne? Und Sie sind es zu Recht, weil Sie nämlich wissen, dass der Herr Lichter heute, das gibt's doch gar nicht, dass du sowas kochst. Ja. Garnelen unter dem Blätterteighäubchen. Ja. Und, danke. Hallo. Was ist das? Ja. Ich hab mir gedacht, zu einer Party muss man immer irgendwas mitbringen und ich wollte machen, was man schön vielleicht vorbereiten kann, wo man nachher auf einer Party auch einen Überraschungseffekt hat. Und deswegen unter einem Blätterteighäubchen. Und da ich ja jetzt weiß, ne, 144 Mal gefalteter Zeug, also der Blätterteig. Ach so. Ja, und ich hab von Johann die die Segnung bekommen, man darf ihn fertig kaufen, es würden nicht mehr so viele machen. Guck mal, Johann guck mal. Johann hat eine ganz schicke Partyhose. Ich wollte gerade sagen. Kann man die mal sehen? Können wir die mal? Ja, also ich. Können wir mal diese Hose? Sagen wir mal. Das stört meiner. Was hast du an meiner Hose auszusetzen, ehrlich jetzt? Nix, Johann, aber dieses zartblöd passt zu meinem Zauberstab. Nee, das geht nicht. Ja. Nein, Cornelia. Cornelia hat den Zauberstab. Dein Hemd hat die gleiche Farbe wie meine Hose, guck mal. Ja, ihr habt euch da farblich abgestimmt, ne? Wir haben uns ein bisschen farblich abgestimmt. Damit war zu rechnen. Wobei, seitdem ich Johanns Schuhe bei Wetten das gesehen habe, weiß ich, der schreckt ja ohnehin vor nichts zurück. Nee, aus Auberginen sich das Leder zu ziehen und daraus Schuhen zu nähen, ist schon eine Nummer. Finde ich auch. Finde ich auch. Das ist schon eine echte Nummer. Da kann man sagen, was man will. Ich meine gut, wir fangen ja die Party hier mit an. Ich muss meinen Grüntern einweisen. Ja. Ich kann nichts dafür mit meinen Grüntern einweisen. Man hat auf jeder Party so einen. So einen Gast. So einen hast du auf jeder Party. Ja. Wenn ich schon mal Landgang habe, dann muss ich mich auch bemerkbar machen. Ja. So einen komischen Typen. Ja, aber weißt du, was das Schöne ist? Mit dem fangen wir ja die Party an. Ja. Und wenn die Ersten gehen wollen, kriegen sie von ihm das Essen und bleiben. Ja. Und wenn sie nachher bei Alfons sind, dann sagen sie, wir kommen wieder. Ja. Das ist ja das Schöne. Das ist gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, ich fange einfach mal vorsichtig an. An Zutaten. Du fängst an? Übrigens wird der Blätterteig nachher noch schön, wenn der gewacken wird. Mit frischem Parmesan abgerieben. Und dann kommt frische Estragon mit reinem Blattspinat in einer schöne Soße. Und ja, mein Gott, eine Messerspitze Butter muss schon rein. Schauen Sie mal, Messerspitzchen Butter. Ja, ich habe mir nur gedacht, falls was schief geht, dann habe ich immer noch was Butter da. Ja, eben. Für drauf zu tun. Ich habe mich im Moment gefragt, ob du vielleicht ohne... Ohne Butter? Ja, also diese Garnelen mit Blätterteig. Aber jetzt ist meine Welt auch wieder in Ordnung. Also sagen wir mal so. Da gibt es noch ein paar Gerichte, die ich mittlerweile ohne mache. Aber ich nehme immer so ein Päckchen mit alleine, damit ich mich sicher fühlen kann. Aber ich dachte... Ja, bitte? Ne, fang doch einfach mal an. Soll ich anfangen? Wir reden gleich noch mal ein bisschen. Ja, vielleicht auch mit dem... Hast du gesehen, was wir heute für wunderschöne Küchengeräte dabei haben? Also zum einen da diese Schrotmühle da hinten, mit der Herr King gerade eben schon unangenehm aufgefallen ist. Obwohl, die gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, ne? Weil die hat auch so ein menschliches Gesicht. Das ist halt Näschen, das sind die Äugelchen. Fehlt nur die Schnurre. Wichtig ist das, was da unten rauskommt. Ja. Und nicht wie sie aussieht. Die könnte auch sonst irgendwie aussehen. Aber so sieht sie natürlich besonders schön natürlich aus. Also ich finde die wirklich sehr schön. Also aus Holz ist sie natürlich auch schöner, als wenn man die aus Plastik hat. Wir haben auch ein Waffeleisen auf der hinteren Position. Was machst du denn da schon wieder? Wer hat das Waffeleisen? Alfons. Alfons, hast du das Waffeleisen? Ja. Super. Ich habe auch den Schokobrunnen. Den Schokobrunnen auch noch. Den finde ich aber nicht mehr. Der ist jetzt weg. Hast du das auch in der Küche, so Geräte, die man da stehen hat und die nie einer braucht? Ich habe sehr viele Geräte, die keiner braucht. Und ich hatte auch schon mal Geräte, die habe ich sogar bezahlt. Also stundenweise. Die konntest du nicht gebrauchen. Ja. Das haben die nicht verstanden. Sag mal. Erklär doch nochmal. Ja. Soll ich dir nochmal in Ruhe erzählen? Also, weißt du, ich meine, die können ja nichts dafür dann. Wahrscheinlich sind das ja auch Drüsen. Ja. Aber wenn du schon mal... Johannes, was kochst du heute? Das kann nur noch schlimmer werden. Ich kann jetzt mal Ruhe anzuarbeiten. Ja. Kümmer du dich mal um deine Garnelen. Ja. Zauberstab bringe ich dir gleich vorbei. Dankeschön. Und wir freuen uns auf Johannes King, meine Damen und Herren. Dankeschön. So. Und der Herr King von dieser schönen Insel Sylt. Ja, genau. Du arbeitest dich jetzt an so einem alten Brot ab. Schön besser, wenn es alt wäre. Aber das ist ein bisschen weich geraten. Jetzt muss ich gerade gucken, wie ich das hinkriege. Okay. Wollen wir nochmal nachföhnen. Ich habe mehrere Probleme im Moment. Ja, sag ich. Zum einen bin ich ja gleich nach Horst dran. Das heißt, ein bisschen schnell machen. Zum anderen. Der legt ja auch was vor. Erstens mal das. Und dann habe ich Grünkern-Buletten mit Selleriesent. Grünkern-Buletten mit Selleriesent. Genau, genau. Großart. Also, ich möchte das gar nicht vegetarisch nennen, aber es ist tatsächlich fleischfrei und fischfrei. Eigentlich ganz ungewöhnlich für mich, wenn ich ja von der Insel komme. Und hier vorne habe ich schon mal meinen Sellerie hingestellt. Zeig mal. Ach, der liegt ja. Ja, genau. Sellerie in Milch. Und der könnte jetzt vorsichtig. In Milch. In Milch gekocht mit ein bisschen Zuckersalz und Pfeffer. Und in Milch, damit das schön weiß bleibt. Und ich habe auch nur so viel Milch reingemacht, dass man da nichts abgießen muss. Also die Milch und der Sellerie, das reicht dann nachher, was dann im Topf dran ist. Pürieren, dann kommt Senf unter. Und das ist einfach mal eine andere Art nachher zum Stippen. Sellerie-Püree mit Senf gemischt. Ah, okay. So. Und ich musste deswegen vorher da gleich dazwischen gehen, weil mein Grünkern muss nämlich noch einweichen. Und jetzt kann man mal sehen, das ist das, was ich eben geschrotet habe. Ja. Der frisch geschrotete. Zeig mal, guck mal. Und den, den habe ich schon auf der Insel geschrotet. Und eingeweicht. Habe den über Nacht eingeweicht, was wirklich besser ist. Weil sonst kannst du dann nicht essen, ne? Das geht sonst, ja, auf den Magen, sagen wir es mal so. Obwohl, das erinnert mich so ein bisschen in den 70er Jahre. Da war doch mal mit den Körner essen alles so ganz hip, ne? Ja, das war die Zeit, wo du in der Keramikausstellung aufpasstest nach dem Essen, dass er nicht nochmal neu ausschlägt, ne? Ja. 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 Aber es ist in der Tat, es ist eine ganz gesunde Mahlzeit. Und Grünkern, Grünkern ist ein unreifer Dinkel. Unreifer Dinkel? Unreifer Dinkel. Unreifer Dinkel. Der Dinkel, der wird etwa 10 Tage, bevor er eigentlich reif ist, wird er geerntet. Mhm. Er ist deswegen auch besonders nährstoffreich und auch belaststoffreich. Und, ähm, habe ich denn schon alles durchgemalt? Ne, hier habe ich noch ein bisschen. Den Rest. Genau. So sieht das dann aus. Kann man auslösen, ja? Ne, kann man so eigentlich nicht essen. Warum nicht? Ist zu hart. Ist zu hart, ja. Gut. Obwohl, der kommt wieder genau so raus. Garantiert. Deswegen sage ich, dass wir im Einweichen. Ja. Hat einfach hier mal gezeigt, wie es am Anfang aussieht. So sieht es nach einem Tag aus. Da kommt jetzt danach geriebenes Brot, fein geschnittenes Brot, bisschen Eikräuter, ein bisschen Tomate mache ich da sogar mit rein. Würzen mit Salz, Pfeffer mit ein bisschen Paprika und geriebenem Käse. Mhm. Und dann knete ich das. Was für ein Käse? Also ich nehme am liebsten geriebenen Ziegenkäse dazu. Also so ein Ziegenhartkäse. Mhm. Gar nicht um. Man kann auch Parmesan, alten Gouda, geht auch. Aber ich nehme am liebsten so einen etwas, ja, trockenen Ziegenkäse. Mach das da drunter. Dann nehme ich nach einem Mixstab, mix das noch ein bisschen an. Mhm. Zauberstab. Dein Zauberstab, genau. Und da mache ich kleine Buletten davon und brate die dann. Großartig. Voila. Also das ist es schon. Johannes King. Vielen Dank. Und wir freuen uns auf Cornelia Poletto. Und ich lese hier, das musst du mir mal klären, was das ist. Ribolita mit Salsiccia. Ribolita ist im Grunde genommen, es ist wieder gekocht. Wieder aufgewärmt. Ah, Ribolito. Genau. Und ich mache einen Bohneneintopf, der geschichtet wird aus Bohnenpüree, Bohnen, Wirsing, Karotten, Kartoffeln mit dieser Salsiccia. Das ist eine italienische Bratwurst eigentlich. Also das Fleisch wird vorher mariniert mit Weißwein, ein bisschen Fenchelsamen. Also schon ein Unterschied zur deutschen Bratwurst. Absolut. Aber man könnte ersatzweise auch eine grobe Bratwurst nehmen. Ginge auch. Man kann das alles schon vorbereiten. Das wird mit diesem Landbrot geschichtet. Und dann braucht man es nur noch in den Ofen zu schieben. Das ist sehr gehaltvoll. Also es ist ein richtig rustikaler Eintopf. Und danach kannst du saufen, bis der Arzt kommt. Das trinkt wieder für die kalte Jahreszeit. Ja. Jetzt kann nichts mehr danach. Ich krieg das immer noch nicht zusammen, den Lichter mit Garnelen zu sehen. Das macht mich fertig. Was denn? Aber guck mal, die riesen... Guck mal. So viel Butter in so wenig Garnelen, das kriegt auch nur der Lichter. Schau dich mal an. Obwohl Garnelen sind... Ist aber eine Partystimmung. Ja, ist ja für Party. Da musst du ja auch was trinken können. Da brauchst du eine Grundlage. Konele, wo kommt diese Salsiccia her? Wo kriegst du sowas? Also ich hab einen kleinen Schlachter hier in Hamburg, der das nach einem alten italienischen Rezept macht. Also es gibt natürlich auch so italienische Feinkostläden, wo man sie bekommen kann. Aber wie gesagt, man kann auch dann einfach eine grobe Bratwurst nehmen und da ein bisschen Fenchelsamen, ein bisschen Peperoncini, also ein bisschen Chili. Das darf ruhig ein bisschen pikant sein, dass es so gibt. Wichtig ist gut ausbraten, weil die auch sehr fett ist. Und nachher kommt das Brot dann quasi da rein wie eine Art Zwiebelsuppe oder wie? Man schließt in den Topf dieses geröstete Brot in Olivenöl angebraten, Bohnenpüree, das Gemüse mit der Salsiccia, wieder Brot. Also so eine richtige Geschichte. Und dann kann man es am Ende nochmal gratinieren mit Parmesan. Und ist das dann auch in dieser Suppe so unfassbar heiß wie dieses Brot, dass wir immer in der Zwiebelsuppe kriegen und uns jedes Mal alles dran verbrennen? Es ist sehr heiß und es ist wirklich auch nicht suppenähnlich, sondern es ist eher wirklich wie ein richtig fester Eintopf, also stichfest. Was machst du denn, wenn du so eine Zwiebelsuppe serviert kriegst mit diesem Brot drin und es ist entsetzlich heiß? Du wartest, bis das ganze Ding einfach abgekürzt? Nee, ich verbrenne mir auf jeden Fall fast jedes Mal die Zunge oder die Lippe, egal. Und danach wartet man halt auch mal ein bisschen. Und gibt es einen Trick, um zu verhindern, dass das Brot so fürchterlich einweicht, dass du so diese fiese Konsistenz kriegst? Ja, man kann es natürlich nicht immer direkt in die Suppe geben, aber hierbei soll es jetzt auch wirklich eingeweicht sein. Also es bleibt nicht knusprig, es wird nur so die oberste Schicht mit dem Parmesan ein bisschen knusprig bleiben. Da sind wir mal gespannt. Ich auch. Gerade auf diese wunderschöne Salsitscha, die sieht so ein bisschen, die hat diese ungute Gesichtsfarbe, diese Salsitscha finde ich. Horst, guck mal, schon mal so eine Brust gesehen? Ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern. Ja. Kennst du gar nicht, ne? So was? Nein. Bloß nicht. Johann Lafa ist hier. Und Claudia. Sie hat uns vorher auf das Blu geeinigt. Ja. Tüchenschlacht-Gewinnerin. Wie ist das mit dem Herr Lafa zusammen zu kochen? Ja, das ist natürlich unbeschreiblich. Ist mir eine große Ehre. Mit so einem tollen Koch und auch einen charmanten Mann kochen zu dürfen. Und was hat er Ihnen genau dafür gegeben, dass Sie das jetzt so sagen? Noch nix. Noch nix. Noch nix. Sie hat mir vorher die Konta nicht mehr mitgeteilt. Ja, ne? Ja, ja. Und ich habe eine ganz tolle Aufgabe, guck mal. Ja, ich sehe hier. Ich habe die Aufgabe, 200 Gramm Weintrauben zu schälen. Du schälst Weintrauben. Ja, genau. Guck mal. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Warum? Ja. Sie wollte das haben. Ah. Claudia, ist das der erste Teil der Demütigung? Oder ist das ein fester Plan? Nein, nein. Das geht bei uns zu Hause in der Küche nicht anders. Und wenn mein Mann an meiner Seite steht, dann macht er dann auch solche Arbeiten. Okay. Ja, so hat sich das dann eben eingespielt. Ja. Warum muss er das denn jetzt machen? Weil er es gut kann. Ja. Wir können gerne noch ganz lange. Mal ein bisschen fragen. Warum? Pass auf. Ich mache es jetzt mal. Im Osten drübeneinander, wenn das früher Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ja. Ich würde das jetzt mal gerne, ich versuche es jetzt mal als Peter Zwiegert. Warum? Warum schält Herr Lafer für Sie Trauben? Ja, weil sonst nichts anderes zu tun ist im Moment. Also... Sie will mich fertig machen, ne? Warum? Nein, ich muss mal ganz kurz eben nach meinem Körbchen gucken. Das verbrennt mir nämlich sonst. Ja, gut. Horst, hast du eine Ahnung, warum Claudia Trauben schält? Warum sie Trauben schält? Johann. Wenn man gar nichts zu tun hat, dann würde ich auch Trauben schälen. Johann, sag mal, warum? Es ist wirklich so, dass die Haut sehr fest ist. Und wir haben früher mal ein Dessert gemacht. Das kann man vielleicht danach zeigen. Da haben wir die Trauben geschält. Und dann gibt es bei der Sicherheitsnadel so ein kleines, rundes Ringer. Kennst du das, wo die zusammen ist, ja? Ja. Mit dem Ring haben wir dann innen die Traube ausgehöhlt. Und dann jede einzelne mit Champagnercreme gefüllt. Nein, das habt ihr nicht. Kein Witz. Doch, es war ein Dessert. Kein Witz. Das war ein absoluter Klassiker. Also Champagner-Sabillon und Champagner-Eis. Das war eine Kombination mit Trauben und Champagner. Wirklich, kein Witz. So, und warum machen wir das jetzt heute? Weil sie macht ein Gericht mit... Sie haben es gemerkt, das war jetzt der zehnte Versuch, diese Frage beantwortet zu kriegen. Warum? Weil sie hat ein Gericht ausgewählt, nämlich Poladenbrust mit geschälten Weintrauben. Ah. Geht doch, oder? Geht doch. Claudia? Ja. Ich bin total stolz. Wir haben es rausgefunden. Aha. Ja. Wir haben es jetzt endlich rausgekriegt. Und wir wissen noch was. Da oben sitzt Ihr Sohn, ne? Ja. Den haben Sie mitgebracht. Wo ist er? Herr Alexander. Hallo Alexander. Neben Alexander sitzt Frau Patenheimer, meine Final-Gegnerin. Aus der Küchenschlacht. Aus der Küchenschlacht. Alexander, gibt es ein Leibgericht, das Mama besonders gut kann? Kann alles gut, natürlich. Muss man sagen. Nein, ich würde sagen, sie macht so einen Rinderbraten, der in Schinken eingerollt ist mit Pilzen. Der ist sehr lecker. Okay. Ist eher so auf der Fleischseite unterwegs, ja? Ja, ja. Okay. Was machst du? Ich bin gerade nur in der 12. Klasse beschäftigt. Und... Und... Das erinnert mich fatal an dieses eine Gespräch, das ich mal geführt habe mit einem Probanden oder Delinquenten, der kurz davor stand, eine Bewerbungssituation zu haben. Ein Bewerbungsgespräch. Und auf die Frage, wie er sich auf dieses Bewerbungsgespräch vorbereitet, sagte der, Schgesonn-Bank. Das ist ähnlich unverfänglich, sagen wir mal. Ja? Also, schön, dass du da bist, Alexander. So, und dann haben wir hier... Du bist so was von entspannt, Alfons. Schau mal. Es ist Party-Time heute, ja. Ja, ne? Was machst du Schönes? Also, ich mache einmal den Schokoladenbrunnen und zwar mal eine Gewürzschokolade. Ich habe hier 70-prozentige Schokolade in einem Wasserbad geschmolzen. Ich habe dann ein bisschen Kakaoputter dazugeben, da kannst du jetzt aber auch Öl dazugeben. Ja, Kakaoputter ist vielleicht noch ein bisschen geschmackiger. So, und derzeit, nicht zu heiß natürlich, und das gebe ich dann in den Brunnen rein. Schalten an, dann läuft der. Und da gebe ich jetzt noch rein, da habe ich so ein arabisches Kaffeegewürz. Da ist drin ein Kardamom in erster Linie, dann ist drin Zimt, Nelke, bisschen Pfeffer, bisschen Vanille, bisschen Piment. Das gebe ich jetzt da ein bisschen rein. Und etwas Chili, damit es ein bisschen würziger ist. Genau, weil du nämlich machen möchtest, ich versuche es mal zu entziffern. Gewürzschokoladenbrunnen mit Rosenblüten, Zimtwaffeln und weißem Kaffee-Eis. Weißes Kaffee-Eis. Du hast dich leider verratscht da vorne, weil sonst hätten wir dir das zeigen können. Ja, ich habe mich verratscht. Aber der Johann musste da die Trauben schälen und ich habe da Spieße gesteckt wie ein Wahnsinniger. Also, man nimmt eine Sahne hier und weicht praktisch Kaffee, den man zuerst ein bisschen in eine Pfanne ohne Fett anröstet, damit die Bohnen ein bisschen die ätherischen Öle nach oben bringen. Röstet man an und gibt es dann in die kalte Sahne rein. Lässt es über Nacht im Kühlschrank stehen. So, und dann machst du das warm, ziehst du das zur Rose ab. Und diese Masse habe ich jetzt da reingegeben, die friert jetzt schon aus hier. Das gibt ein weißes Kaffee. Großartiges Eis, oder? Dann habe ich hier ein bisschen, nicht zu viel, weil sonst wird es zu dün, ein bisschen Kaffee-Likör. Richtiger Kaffee-Likör. Ja, ist auch gut. Probier mal, ja? Ja klar. Ist das eine Geburtstagsparty? Ja klar, kannst du dir gerne geben gleich. Ist ja auch schon 23 Uhr. Ja logisch, fast halb zwölf schon. Na, Sie lachen, es ist ja wirklich spät. Und dann habe ich hier diese Waffeln und zwar habe ich da genommen ein bisschen Eiweiß, ein bisschen Mehl, ein bisschen Puderzucker und etwas flüssige Butter. Das macht man zu einem Teig. Dann habe ich diese Rosenblüten reingegeben. Rosenblüten? Diese Rosenblüten. Die geben jetzt nicht so viel her, aber es ist okay. Ein bisschen was, ja. Ein bisschen was geben sie her. Und dann habe ich ein bisschen Apfelkuchen-Gewürz reingegeben. Das ist Apfel, also das Zimt wieder drin und ein bisschen Nelken. Und so halt, gell? Dann das verrühre ich jetzt dann. Und da hinten habe ich dieses Waffeleisen. Ja. Das habe ich noch nicht angeschaltet. Das habe ich gestern ausprobiert. Waffeleisen kenne ich mich aus. Kannst mich alles fragen. Ich blödmann, da müsst ihr aufpassen. Ich habe es ausprobiert, dann wird gleich gebrannt. Ehrlich? Ja. Da biege ich es dann rein. Diese heiße Waffel biegt es rein. Und da haben wir so ein Körbchen. Da geben wir das Eis an. Also wir haben einmal diese Gewürzschokolade mit dem Chili. Diese Fruchtspieße kann man da reintauchen. Und einmal haben wir praktisch diese Waffel, diese gebogenen. Man kann es auch gerade lassen. Mit dem weißen Kaffee-Eis. Ist okay. Kann jeder nachmachen übrigens. Und das hier? Das sind so Fruchtspieße, die nehmen wir dann. Weil der Schokoladenbruder läuft ja dann. Und dann nehmen wir praktisch so einen Spieß hier. Und die Schokolade läuft hier runter. Dann fahren wir so her. Halt, halt, halt. Da habe ich auch noch was dabei. Na, schau mal. Hier habe ich zum Beispiel eine Himbeerbrause. Da kannst du es dann in der Schokolade drehen. Oder Pistazien. Ist das wirklich klasse? Ja, probiere. Das ist ja Kitsch, aber das ist doch Wurst. In dem Fall, ja. Also du mit dieser Brause, das irritiert mich schon. Ja, weil es ist ja Party. In jeder Party hast du ein paar Deppen. Die können ruhig eintauchen dabei. Und da habe ich ein bisschen Haselnuss-Grokant. Kann man. Das ist ein bisschen gebrannte Mandeln. Man muss ja das nicht. Oder man isst einfach nur mit der Schokolade. Und was man jetzt nimmt, ob Papaya ... Bitte? Hat mich jemand geholt? Nein, noch nicht. Papaya oder Ananas oder Banane oder Mango. Ich finde es toll. Ich bin aber sehr enttäuscht darüber, dass ich hier ungeschälte Trauben sehe. Aber gut. Es tut mir leid. Aber jetzt probierst du mal diese Trauben. Die musst du mal probieren. Wieso? Was ist an denen? Die probierst du mal. Die sind so geil. Die auch hier. Die kleinen da. Ja. Die sind wunderschön. Die brauchst du nicht mehr schälen. Das ist ja André. Jetzt kommt, glaube ich, Champagner für die Party, oder? Ja. Da ist er. Danke schön. Cornelia. Champagner ist ja Geburtstagsparty heute. Ach so. So. Claudia, bitte schön. Ja. Danke schön. Johann. Ich hätte eine Idee. Ich würde das jetzt so machen. Alexander. Nö. Baxter Prosecco. Darfst du schon? Darfst du schon? Darfst du schon? Du bist 17. Ist schwierig. Wer möchte dann stattdessen? Ich würde einen ausgeben. Bitte schön. Piccolöchen nur für Sie. Ja. So, zum Wohlen. Zum Wohlen. Zum Wohlen. Lasst euch gut gehen auf unsere Geburtstagsparty. Ja, ich komme an. Horst isst. Ich muss das ganz kurz noch in den Backofen schieben. Ja. Ich muss das ganz kurz in den Backofen schieben. Sonst wird das eine scheiß Party. Komm. Ich komme sofort. Alles rein. Alles rein. Alles rein. Alles rein. Gut. Bin sofort dabei wieder. Wie viel Grad? 220. 220 Grad. Daher kommt noch mal ein bisschen das Gelb von das Ei oben drüber. Und dann ist gut. So, jetzt kann ich. Und dann ist gut. Jetzt kann ich trinken. Das war mal eins. Das war jetzt, wenn wir dich sagen wollen. Wenn man so sauber hat es bei dir wie auf dem Posten ausgesinnt. So, zum Wohlen. Zauberst du heute? Auf euch? Ich habe mir gedacht, weißt du Johannes. Du bist ja auch so. Ja gut, aber das war ich ja auch viel. So, sollen wir mal anstoßen? Alles klar. Jetzt kommst du. Prost Kind. Zum Wohl. Prost. Echt gutes Gelingen? Prost, Prost. Oh, oh. Edel, edel. Prost. Die Herren trinken aus dem Jahresbäschel. Die feinen Herren trinken ein bisschen. Und einer kriegt Mund geblasen und die trinken aus dem Jahresbäschel. Prost. Wie lange brauchst du noch ungefähr? Das dauert jetzt noch, bis der Blätterteig hochkommt. Bis er sich ergibt. Normalerweise 10 bis 12 Minuten. Aber ich hoffe, das geht schneller. Ich habe die Temperatur verdoppelt, dann Hälfte Zeit. Johannes, wie sieht es bei dir aus? Ich würde mit dem Dessert anfangen. Mit dem Dessert? Das sieht lecker aus, was Alfons da alles hat. Alfons wirkt auch leicht gelangweilt. Nein, noch nicht. Ich überlege mir, was mache ich jetzt? Soll ich die Wafeln machen? Ich schalte den Brunnen schon an, aber der glitscht so. Der Brunnen glitscht. Der Brunnen schalte ich zum Schluss an. Kommt das schon fertig? Nicht direkt, aber ich bin schon im Stadium. Das gratiniere ich jetzt. Das ist das Schöne an dieser Sendung. Hier ist nichts geplant. Es werden eigentlich nur Zutaten gekauft. Von Fahnsendungen auch. Deswegen passiert dann sowas wie jetzt das hier. Herr Lichter wird gesagt, ich brauche noch 10 Minuten. Und ich auch. Dann fragen wir uns, was essen wir jetzt zum Kuckuck nochmal? Wo ist denn dein Mixstab? Mein Zauberstäbchen. Wo hast du denn hin? Das darf ich nicht sagen im Fernsehen. Ihr braucht auch noch ein Beispiel. Cornelia hat den Zauberstab. Mein Zauberstab könnt ihr wieder haben. Brauchst du noch einen? Ich lass dir einen besorgen. Ich hab mal einen für dich. Warte, warte, warte. Warte, ich komm nachher. Jetzt wird die nur noch gratiniert. Zauberst du einmal. Du hast ja Zeit, oder? Wir gucken wir schon. Einmal anlicken. Ja, genau. Die wird jetzt großzügig mit Olivenöl getreufelt. Und dann mit Parmesan gratiniert. Oh nein. Das sieht aber gut aus. Wollen wir sagen, erster Hauptgang, Tausch mit Vorspeise. Wäre das eine Idee, Kollegin? Ja, können wir machen. Können wir so machen? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist der Horst dann auch schon fertig, ne? Horst, ja? Wir tauschen jetzt ersten Hauptgang mit Vorspeise, ja? Das fände ich sowieso super, weil der Hauptgang ist auch ganz was anderes für vorweg. Ja. Wenn du den erst... Genau. Sehr gut. Wenn du den ersten Hauptgang gegessen hast, geht sowieso nichts mehr. Johannes, du hast hier eine Menge Senf im Spiel, ne? Ja, aber den Senf, den hab ich da nicht drin. Ich mixe gleich hier mein Sellerie. Ja. Mach hier Selleriepüree draus. Ja. Gieß da ein bisschen Sahne dazu und dann kommt erst der Senf dazu. Senf ist ein richtig schönes Lebensmittel. Ich weiß, dass Horst Senf unheimlich schätzt. Ich schätze Senf sehr, weil Senf ist ja, das weiß ich von einem Senfmüller, das Viagra von früher. Da sind ganz viele ätherische Öle drin. Oh, das verzählst du äußerliche Serviagra. Ja, das hab ich probiert, das brennt wie Sau. Ja. Ne, ist okay. Ich war durch. Ich war durch. Ne, ich war durch. Ne, ich war durch. Sonst kannst du mir einmal den Gruppen aufmachen. Ich wollte mich noch entschuldigen. Cornelia, bevor du das da reinschiebst, erklär uns noch mal ganz kurz, was du da jetzt genau gemacht hast. Also ich hab im Grunde genommen diese angerösteten Brotscheiben. Damit hab ich angefangen. Ja. Die sind in Olivenöl gebraten. Genau. Dann kommt ne Schicht von dem Bohnenpüree. Mhm. Dann kommt ne Schicht von dem Gemüse, das ist Wirsing, Karotte, Kartoffel, Stauden, Sellerie und die Salsicha. Ja, obendrauf. Die den ganzen Geschmack gibt. Die geht auf das Bohnenpüree. Mhm. Dann kommt wieder ne Schicht Brot. Ja. Dann geht's wieder so weiter. Wie viele Schichten insgesamt? Ähm, ist abhängig von den Gästen. Wenn man alleine Party macht, kann man einen kleinen Topf nehmen und eine Schicht. Aber, aber man ist das dann sozusagen von oben nach unten oder arbeitet man sich horizontal durch? Man sticht's richtig rein und nimmt einen großen Löffel raus und dann gibt man nochmal Olivenöl drauf, denn dann hat man ne Basis, da kann man einfach nix mischen. Ne, das ist ein Bodeneintopf. Das ist ein bodenständiger Eintopf. Ach, ein bodenständiger. Mach mal Klappe auf. Mach mal Klappe auf. Aber gern. Welchen? Mach mal Klappe auf. Mach mal Klappe auf. Mach der auch so. Die da, 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 da. Wie sieht's aus? Da, da, da. Ja? Wichtig ist ja auch beim Kochen, dass man während des Kochen schon anfängt zu singen. Du kannst dich ruhig ein bisschen jetzt auch um dein Kerngeschäft kümmern. Das wäre eine Frohspeise heute. Ja, ich schwitze wieder weg, ja. Ja. Nehm mal die Klappe auf. Einfach nur. Nehm mal die Klappe auf. Nehm mal die Klappe auf. Nehm mal die Klappe auf. So. Hallo. Claudia, erklär uns einmal kurz, wie du's genau machst. Einmal nochmal das Gericht vorneweg. Ja. Also wir genießen gleich was? Das ist ein Prosecco-Traubenhähnchen im Kartoffelnest. Und zwar werden dazu Hähnchenbrüstchen angebraten, Zwiebelringe und dann wird eine Soße hergestellt, eine Sahnesoße mit Kurkuma unter anderem und Paprika, Salz, Pfeffer und Weintrauben. Mit geschälten, ja. Mit geschälten, ja. Handgeschält. Eine Stunde Trauben stellen für vier Portionen, richtig? Alexander, hast du gut erwischt heute den Moment, ne? Hätte auch dich erwischen können, sag ich mal. Hat sie das schon mal zu Hause gemacht hier, die geschälten Trauben? Und wer hat dann, wer hat dann freundlicherweise die Trauben geschält? Ja, das mussten dann ich und meine Schwester übernehmen. Das war, war schon... Die Schwester musste das machen? Ja, aber Sisyphus-Arbeit. Ja, seine Schwester. Allerdings, ne? Allerdings. Warum tun sie den Kindern sowas an, Claudia? Gibt's doch gar nicht. Sie sind doch eine nette Mutter. Ja. Und dann muss das köcheln, wie lange? Ja, das muss jetzt ein bisschen einkochen. Das ist schon fast gut. Dann kommen die Trauben noch dazu und dann ist es schon bald soweit, ja. Sehr gespannt. Genau. Was ist los? Nein, aber jetzt... Wir kommen zu unserem Kerngeschäft. Ja. Ich bin fertig und ich hab wirklich mal eine ernste Frage an zum Beispiel Alphansloren, also wirkliche Profis Johannes. Ja. Weil Horst hat ja jetzt echt ein Problem mit dem Blätterteig. Der kommt nicht hoch. Der Blätterteig kommt nicht hoch. Ja, dann würde ich sagen... Das hat aber nicht nur sein Gericht. Dann würde ich sagen Senf, Horst. Hast du doch eben erklärt. Weißt du, da ist so ein Blätterteig, da kannst du machen, was du willst, der bleibt unten. Ja. Horst, der hat vielleicht Angst gehabt vor uns. Meinst du? Normalerweise nicht, aber... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Horst, der dauert mindestens 20 Minuten, der Teig. Seit wann? Sicherlich. Auf dem Paket steht 12. Aber lass mal. Lass nochmal zu in Ruhe, dann passt hervorragend zum Dessert von Alphansloren. Das dauert... Das dauert... Das dauert einfach. Das dauert noch bestimmt 10 Minuten. Wirklich? Nein, Johann. So lange dauert das nicht mehr. Also, der Blätterteig eine Chance. Unser Publikum auch eine Chance. Wir mögen es auch ein Prosecco. Ja? Gut. 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 Ich bin mir leid, dass ich schon wieder so einen Schach machen soll. Aber... Hm. Das sieht interessant aus, ja? Ja, interessant. Guck mal, was ist das hier? Noch mal zeigen hier. Einfach schön. Kartoffeln geschnitten in Spaghetti und dann im Fett ausgebacken mit zwei Sieben. Und man davon isst. Fein. Feine Sache. Kriegen wir gleich, ne? Wunderbar. Also, ich glaube hier... So, Cornelia Boletto ist fertig. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Ich möchte dazu sagen, meine Oma hat immer gesagt, vom schönen Teller allein wirst du nicht satt. Das sieht nicht schön aus. Ja, aber das... Ich finde das aber schön, dass du das jetzt schon sagst. Das macht auf jeden Fall... Ribolita mit Salsiccia. Genau. So. Das ist natürlich schon eine gute Vorspeise, Horst. Ja. Deinen Blätterteig sollten wir vielleicht einfach ganz bleiben lassen. Ich glaube, ich mach den Blätterteig einfach, aber ich schäle das nachher. Aber er gibt sich... Wer will schon Blätterteig haben? Ja. So, kein Blätterteig braucht doch kein Mensch. Komm. So. Alle bitte einmal zusammen. Johanna, hast du schon mal so ein Essen gesehen? Den? Aber der Topf ist mir schon mal sehr sympathisch. Den werde ich nach der Sendung... Claudia, bitte auch mal ran, Alfons. Und mal probieren. Aus dem Topf. Was ist denn da alles drin? Wohnen, Brot, Olivenöl, Salsiccia, Wirsing, Karotten. Wir können doch aus dem Topf probieren. Das sind die Schälchen gleich für die Zuschauer, oder? Genau. Könnte auch. Weil das sieht sehr sympathisch aus, aus dem Topf raus. Das natürlich auch, aber... Lass ich das hier für die Zuschauer. Genau. So. Also bei den dicken Bohnen kommst du auch mit Eigengas nachher nach Hause. Ne? Muss doch nicht mehr tanken. Nee. Musst du nie wieder ein Auto tanken. Alles mit Erdgas. Wie schmeckt's? Richtig gut. Oh, das ist aber sehr lecker. Ja, das ist halt auch mal was Einfaches. Wenn die Party einfach dunkel ist, dann setzt du den Pot hin. Da muss ja gar keiner sehen, aber das ist verdammt lecker. Aber es muss sehr dunkel sein. Da darf auch nicht mal der Vollmond drauf leuchten. Ich such immer noch die Wurst da drin. Wo ist sie denn? Hier. Wo? Leicht vergraben, links. Leicht vergraben? Heu, heu. Aber danach brauchst du Schnaps zusammen. Ja. Ja, klar. Mh, heiß, heiß. Dann brauchst du eine Flasche. Jetzt mach mal da ein bisschen Öl drauf. Ja, das Olivenöl ist ganz wenig. So eine kleine Ölung da. Dann rutsch. Möchtest du noch eine Butterflocke? Nein. So. Das ist mal eine ganz klare Bewertung. Jetzt mal Horst. Ganz ehrlich, optisch hätte ich das definitiv genauso machen können. Genauso schön. Geschmacklich ist es wirklich eine Sensation. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lecker ist. Dass es wirklich so ein Pot in den hinsetzt. Und da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man den am nächsten Morgen, was übrig ist, noch kalt einfach isst. Du kannst auch wieder, und das ist auch super. Wenn man um drei, vier Uhr wieder Hunger hat, kannst du das Ding ja nochmal. Du kannst es ja immer wieder warm machen. Also jetzt wirklich, nicht. Also das ist so, wo ich sag, yo, das ist so eine geile Party. Dabei so ein Fässchen Bier für jeden eins. Und dann in Ruhe das Pöttchen essen. Ne? Sehr lecker. Das ist wirklich sehr lecker. Herzhaft. Ja. Johann. Das ist ein richtig schönes Familienessen. Geschmacklich absolut klasse. Und wenn es nicht gut genug aussieht, dann kann ich was drüber decken. Na. Gut. Alfons, hast du probiert? Gut. Richtig gut. Muss nicht aufpassen, dass du nicht drei Kilo erwischt. Aber sonst ist das richtig gut gewürzt. Nein, ist gut. Richtig gutes Gewürz. Ach, nicht richtig. Gewürzt. Ja. Gewürzt ist gut. So weit ist er. Mhm. Sau gut. Einfach nochmal, vorsichtshalber nochmal. Das war ein Gericht, wenn du hast. Ja, bitte. Dann wärst du jetzt schon fertig. Da wär ich durch. Johannes. Ich hab mir gerade eben absichtlich so ein bisschen Olivenöl separat drauf gemacht. Weil es wird noch ein bisschen saftiger und vor allem auch, ich sag mal ein bisschen frischer. Die Bohnen sind natürlich mächtig. Es ist reichlich Gemüse drin. Ich hab mal das Würstchen extra probiert. Hat richtig Pepp. Ich freu mich schon auf die Party nachher. Ich nehm den Topf dann schon mal mit. Claudia? Sehr gut. Ich mag sowieso deftige Eintröpfe sehr gerne. Und ja, ich denk das ist auch ne richtige Grundlage für ne Party. Also doch. Ich wäre da gar nicht dermaßen mit Verdauung beschäftigt, dass ich sofort wegnicken würde. Aber ansonsten ist toll. Nein, nee. Cornelia, du hast eben gesagt, das schmeckt auch nochmal ein zweites Mal aufgewärmt. Schmeckt und mit jedem mal aufwärmen sogar noch besser. Wie kommt das, dass manche Gerichte mit dem Alltag richtig gut werden? Ne, auch Eintöpfe oder ein Grünkohl, der wieder warm gemacht wird, schmeckt einfach jedes Mal besser. Es brauchen einfach diese Zeit um den Geschmack. Geist. Ja? Wir können jetzt einfach hier mal ganz lange gemeinsam reingucken. Kommst du hoch? Also der braucht halt einfach nur ein gesundes Vorspiel. Pass auf. Horst, wie lange dauert es noch bei dir? Nicht mehr lange, aber wir können vielleicht noch... Dann ziehen wir noch was vor, ja? Johannes vorziehen. Also, Johannes King ist jetzt fertig. Wir halten fest, Herr Lichter schon zweites Mal überrundet. Aber nicht schlimm, aber nicht schlimm. So. Pass nochmal zusammen. Also. Was du da für uns genau gezaubert hast. Das sind meine Grünkern-Buletten. Grünkern geschrotet, gut eingeweicht, am besten den Tag vorher. Dann kommt Schalotten dazu, angeschwitzt, Petersilie, Rosmarin, Thymian, ganz klein bisschen Knoblauch. Dann habe ich meinen Ziegen-Hartkäse genommen. Der liegt jetzt... Der war wirklich sehr... Beziehungsweise nicht wahr, sondern der ist sehr lecker. Das ist ein Unterschied zum Parmesan. Das ist einfach... Von der Ziege. Der hat... Der hat... Ja, nee, der hat ein bisschen... Von der Ziege natürlich. Der ist einfach anders vom Geschmack her. So. Dann habe ich noch ein bisschen Tomate mit reingemacht. Dann Paprika, ein klein bisschen Muskat. Und dann habe ich die geformt. Man sieht hier die Masse, die ist feucht. Ich habe das vorher... Man kann ja sagen, ist wirklich handmade. Ich habe die in der Hand gemacht, dann hat man ein besseres Gefühl, ob die Masse noch zu feucht ist. Oder ob die schon zu trocken ist. Und dann brät man eigentlich immer eine Probe, um zu sehen, ob die Bindung wirklich auch hält. So. Mein Selleriepüree. Ich habe es jetzt wirklich mal in zwei Teilen gemischt. Sellerie mit Milch gekocht, Salz, Pfeffer, bisschen Zucker. Habe ich püriert. Und dann habe ich einfach den Senf drunter gemischt. Jetzt kann man den Unterschied mal probieren. Selleriepüree Natur oder... So, jetzt gibt es erstmal ein bisschen Selleriesenf dazu. Da oben drauf. So. Einmal so. So. Ich habe jetzt nicht richtig zugehört. Wann kam das Fleisch dabei? Nee, 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 nee. Zwei Grundelementare Dinge, die für Horst eigentlich wirklich Grundelementar sind, fehlen. Butter und Fleisch. Ja, aber sehr lecker. Es ist eben für so eine Partygeschichte. Man kann es gut vorbereiten. Man kann die Masse auch wirklich im Kühlschrank ein bisschen stehen lassen oder draußen. Später nochmal ein paar nachbraten. Es ist eine herzhafte Geschichte. Was ist das für ein Senf? Das ist grober Senf ist das. Und kein süßer Senf, kein extra scharfer Senf. Das würde mich sich mit dem Sellerie beißen. Dieses Süßliche vom Sellerie soll noch erhalten bleiben. Und durch den Senf hat das einfach ein bisschen mehr Pomerysenf. Dieser Senf kommt unheimlich gut mit dem Püree zusammen. Also ich liebe das auch. Und ich muss sagen, ich war früher nicht so sehr auf Grünkern-Buletten. Und dann irgendwann muss man ja auch, muss nicht, aber will man natürlich auch mal Fleisch- und fischfreie Dinge machen. Und dann sind mir die Grünkern-Buletten in den Weg gekommen. Und mit dem Sellerie-Senf zusammen, muss ich sagen, könnt ihr mir eine ganze Mahlzeit davon vorstellen. Unbedingt. Cornelia? Entschuldigung, erst mal essen. Erst mal kauen. Horst? Also ich muss sagen, wenn man jetzt nicht weiß, dass da kein Fleisch drin ist, dann wird man sagen, die sind aber schön locker, haben einen interessanten Biss. Das Püree ist ein Knaller. Finde ich sensationell. Das Püree ist unglaublich lecker. Johannes nimmt mir das nicht für übel. Das ist mit Sicherheit Weltklasse. Aber ich stehe nicht auf dieser grünen Keulen. So eine schöne Bulette oder sowas. Also weißt du, von Gewürz her sehr lecker. Aber, weißt du, wenn ich jetzt überlege, wie geil so eine richtige Frikadelle ist. Und dann muss man noch überlegen, dass ja Vegetarier sind, die deinem Essen regelmäßig das Essen wegessen. Ja, ja. Weißt du, wenn der liebe Gott gewollt hätte, wir keine Tiere essen, hätte der die nicht aus Fleisch gemacht. Also die Püree ist unglaublich. Ich muss nochmal ganz kurz den Backofen probieren. Cornelia? Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe noch nie in meinem Leben Grünkern-Bratlinge gegessen. Weil ich einfach immer gesagt habe, das mag ich sowieso nicht. Und die sind wirklich sehr, sehr gut. Und gerade zusammen diese Sellerie-Senf-Nummer, das war das, was den Kick gegeben hat. Das ist unglaublich. Dankeschön. Also diese leichte Säule. Ganz brecher. Dann kannst du gar noch ein bisschen Creme Fresh drunter machen. Dann würde man das noch ein bisschen zu stärken. Alphons. Alphons? Also, es ist so. Oh, Vorsicht, Blättertag im Anmarsch. Oh, 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 oh. Mach dir jetzt mal weiter. Burning Simmerl heißt das. Ja. Es ist so, wenn man, wenn Sie jetzt... Heiß, 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 heiß. Man riecht's auch, dass heiß ist. Wenn Sie jetzt so reinbeißen dürften, dann ist es ungefähr so, ich weiß nicht, ob Sie es jetzt schon mal gemacht haben, wenn Sie die Türe eines Ziegenstalls aufgemacht haben, dann haben Sie dann zum ersten Mal eingeatmet, ja. Genau so schmecken die. Aber, jetzt muss ich dazu sagen, mit diesem Sellerie-Püree, mit dem Senf drin, sind die saugut. Kompliment. Das ist wirklich gut. Kompliment. Das ist auch ganz toll. Super. Alleine, aber mit der Kombi. Super. Cornelia. Warte mal. Johann. Entschuldigung. Also, das ist auch der Beweis, dass man, also Horst, sehr gut kochen kann, ohne Fleisch. Das stimmt. Sehr gut. Und ich finde es auch mal sehr mutig, bei einer Party nicht immer noch ein Stück Fleisch auf dem Teller zu denken, so mal sowas zu machen, einfach was Neues. Und ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Ja. So. Dann würde ich vorschlagen, Horst, du bist fertig? Ich bin sowieso fertig. Ja. Mein Essen auch. Es riecht ein bisschen streng, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ja, was heißt streng? Das ist der Parmesan, der lag neben der Ziege. So. Und hat ein bisschen was abgekürzt. Hat ein bisschen was abgekürzt. Achso, wir brauchen nur noch Gabel. Ein Geruchstransfer, der das da findet. Horst, kannst du uns noch mal ganz kurz in dürren Worten erklären, was das A ist und B, wie ich habe in einer Pfanne einen Tropfen Öl, ein bisschen Butter, Schalotten schön mit frisch gehacktem Knoblauch angehen lassen. Habe bei ganz kleiner Temperatur die Garnele nur einmal kurz links, kurz rechts direkt raus. Habe dann in den verbleibenden Schalotten mit Knoblauch, frischen Blattspinat und Estragon, angeschwenkt, mit Weißwein abgelöscht, mit ein bisschen Sahne einreduziert, mit Salz, Pfeffer, frischen Muskatnuss abgewürzt. Das dann in die Förmchen. Erst die Garnele, da drüber die Spinat, Estragon in der Soße. Da drauf dann eine eingelegte Peperoni, die jetzt so scharf sein wird, dass man alles vergisst. Da drüber dann dieser Blitzblätterteig. Ja. Mit ein bisschen Parmesan gerieben drüber in den Backofen. Und eigentlich war die Garnele, bevor der Blätterteig sich so zeigte, perfekt. Und noch nie hat eine Vorspeise so lange gedauert, Minute 43, wenn Sie vielleicht mal gucken mögen. Was ist das, Horst, hier in diesem Bereich? Was da so ein bisschen Farbe angenommen hat. Ja, so dieses leicht, diese Mallorca-Bräune, sag ich mal. Diese Mallorca-Bräune, wenn man sich das anguckt, das sieht schon lecker aus. Jetzt verstehe ich langsam, das ist so richtig schön knusprig-braun. Jetzt versteht mal Boris Becker, warum der in dem Kleiderschrank war. So, Horst, wir essen sofort. Ja. Weil, wir essen sofort, Horst. Das muss man im Moment abkühlen. Ja, ja, sieht schöner aus. Wir schauen uns einmal an, wie dieser Nachtgeschirr entsteht. Ich nehme jetzt diese Waffel raus, drück's in das Förmchen rein. Ja. Wenn's zu heiß ist, kann man da ein bisschen mit dem Löffel dagegen drücken. Vielleicht bleibt man da ein bisschen jetzt. Und dann hat man praktisch in Kürze diese Form, wo man dann später wunderbar eine Kugel Eis oder Früchte reingeben kann und als Dessert ein kleines Muster rummachen. Und schon hat man ein wunderschönes Dessert. Und das sind diese Rosenblüten, da zimt ein bisschen drin. Das ist ein bisschen was anderes. Ja, ja, ja. Lass uns aber erst kurz die Vorspeise mit uns bringen. Okay. Die Garnelen haben ja so lange auf uns gewartet, Alfons. Ja. Hast du schon probiert? Nimm mal da. Boah, ist so heiß. Zunge verbrannt, ne? Naja, 480 Grad Backofen. Ich muss aber auch gestehen, ich hab so einen Kohldampf gehabt. Ja. Das hat mich vorher schon angelacht. Ich hab aus der Pfanne raus schon probieren dürfen. Na, Horst gefragt, was ist denn das, was da so säuerlich ist? Na, du verraten, Estragon. Aha. Aber abgesehen davon, dass es heiß ist, ist es auch wie, Cornelia? Mhm. Sehr schmachhaft. Wirklich gut. Alfons, Johann. Danke schön. Ja, aber weißt du, was auch schön ist? Diese ganz leichte Schärfe hier mit dem... Ja, ne? Ja. Also den Blätterteig hättest du sparen können. Ja, ne? Den Blätterteig... Aber da habe ich einen kleinen Einspruch. Ich hab mit dem Blätterteig angefangen, der ist knusprig geworden. Ist vielleicht nicht unbedingt nötig. Die Garnele ist... Ich hab Angst gehabt, dass die durch ist. Dass wir da gleich ein Gummiteil haben. Aber Garnele ist perfekt. Die Soße ist säuerlich. Und weil du oben deine schöne eingelegte Peperoni da drauf gemacht hast, hat's ein bisschen Feuer. Ist wirklich gut, ne? Der hast du nicht auch. Wer hat denn mein Champagnerglas? Da brauche ich damit gleich mal einen Schluck zum Löschen. Ja. Johann? Also... Also ich würde sagen, für das nächste Mal mache ich den Blätterteig vorher separat nur als Deckelchen. Und den kann man nachher als Gag noch brauchen. Der war da sehr wahrscheinlich. Ne, ne. Der hat aber von unten Geschmack an genommen. Normalerweise ist das ein Gericht, das du nur mit der Sonnenbrille essen kannst. Weil es ja ein bisschen... Das könnte ja auch Burning Joe heißen. Oder Burning... Burning Hot. Ja, der Teller hat schief gestanden. Nein, aber wenn du, wie du richtig gesagt hast, den Blätterteig extra schiefst, ist wenn du das Haltchen drauf machst. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also die Garniele ist natürlich am Ende, nicht? Aber die hat grad noch... Ja. Die hat's grad noch überlebt. Sagen wir mal. Das ist wie ein Rettungsschwimmer, der mir jetzt die Bootlose noch weggefallen ist. Man kann es einfacher sagen. Der Horst ist der Beweis... Nee. ...dass gutes Essen... Nee. ...nicht gut aussehen muss. Achso, dankeschön. Aber, aber... Was gut ist, ist diese Schirke. Was gut ist, ist diese Schirke. Ja, damit der eingelegten Dingssammel... Aber Horst, ich glaube auch, dass du das so ein bisschen extra gemacht hast, dass wir heute lecker, aber hässlich kochen. Ja, guck mal, ich... Ich hab mir gedacht, weißt du... Was? Ja, Johann. Das ist die Erlebnis-Gastronomie. Ja, aber pass auf, da zeig ich euch mal einen, der schön ist, weil die zwei sind ja umgekippt da vorne. Ja. Und deswegen, weil der Backofen zu klein war. So, jetzt guck mal, so sieht das dann aus für Gäste gemacht. Ja. Hm. Ich mein gut, die Peperoni tun wir vielleicht weg. Ja. Ich bin ja... Ja. Der saugt von unten ein bisschen was auf, ist oben knusprig und man muss auch aufpassen, dass du sich höllisch daran nicht den Mund verbrennst. Ja. Ist das schon wahr. Brauchst du noch einen guten Mitarbeiter? Ich hab schon... Im Moment sind wir gut gebucht. Ja. Ich hab schon einen Job bei dir. Okay. Also, Horst Lichter, Garnelen in Blätterteig. Als Dessert. Anlässlich unserer Geburtstagsparty. 43 Minuten mussten vergehen, um diese Garnelen endlich gar werden zu lassen. Ja, weißt du, so eine Garnelen braucht auch mal ein bisschen Zuwendung. Ja, sicher. Ja, und du siehst ja, was Blätterteig macht, wenn du den nicht entsprechend würdigst. Der bleibt flach. Genau. So. Also, da waren wir schon, da waren wir schon. Johann, wie sieht's aus? Claudia? Claudia hat sehr gut gekocht hier. Kannst du das probieren? Claudia? Ja, Claudia ist ja ohnehin nicht umsonst die Gewinnerin der Küchenschlacht. Die kann... Das sieht hier echt ein bisschen komisch aus, ne? Das ist ja nur, aber es schmeckt. Nein, es schmeckt. Ja. So, oh, da sehe ich jetzt die handgezupften, handgeschälten Trauben. Ja. Was macht ihr mit dieser Putenbrust, damit die nicht so zäh wird, so trocken, so durch? Also, ich finde, die hat die sehr gut gebraten. Die ist ganz kurz gebraten, angebraten, dann im Ofen gegart. Bei 80 Grad, guck mal hier, schön saftig. Schau her. Also, einfach nicht zu lange. Das heißt, wie lange braten? In der Pfanne so 10 Minuten. Und dann lässt man das noch weiter im Ofen dann bei 100 Grad. 10 Minuten aber doch? Ja, ja, in der Pfanne 10 Minuten. Ja, das wird dann mit der Soße schon gekocht teilweise. Und dann, wie gesagt, kommt es noch zum Ruhlen in den Ofen. So 100 Grad. Cornelia, wie machst du Putenbrust? Auch 10 Minuten oder kürzer? Ja, Freunde. Hier habt ihr so, ja. Ich lasse sie ein bisschen kürzer in der Pfanne. Zu 43 Minuten. Und lasse sie dann langsam ziehen. Wie viel? Etwas länger. Etwas kürzer manchmal. Etwas kürzer? Ja. So, hier ist Besteck, bitte. Also, bitteschön. Noch mal ganz kurz erklären, wie wir es gemacht haben, Claudia. Ja. Ja, zuerst die Zwiebeln angeschwitzt in Butter. Dann die Hähnchenbrust meliert und besalzen. Und dann dazugegeben zu den Zwiebeln. Und bei Kanzeln. Und dann das Ganze mit Gemüsebrühe und Prosecco abgelöscht. Und weitere 10 Minuten köcheln lassen. Ja, dann die Hähnchenbrust rausgenommen, in den Backofen zum Ruhlen gegeben. Und dann von Johann die super geschälten Weintrauben zu diesen Ganzen. Die handgeschälten Weintrauben. Ja, und dann auch eben mit Gewürzen, mit Paprika, Kurkuma, Salz, Pfeffer, abgeschmeckt und mit Sahne abgelöscht. Wunderbar. Damit sind wir durch. Das, ja. Und damit essen wir jetzt Probe. Gerne. Hier ist Besteck. Kommt ihr bitte mal kurz zusammen. Oh. Bisschen Stress? Na, ich mach ne Muster jetzt. Ein Muster? Zeig dir. Na dann. Wir müssen einmal kurz probieren. Ich komme. Äh, Horst, wo steckt der? Hier. Ja. Garnelenprobe. Ja, die sind begeistert. Ja, natürlich. Ja. So. Johannes, Cornelia. Ja. Und Horst. Ja. Sind die wirklich begeistert? Guck mal. Die sind vollkommen begeistert. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Ich mein, wir haben ja auch einiges dafür getan. Und der Gutschein für Lokal von Alfons kommt. Ja. Oh, das sieht aber schön aus. Ne, hier sind wir ja gar nicht. Hier sind wir. Warte mal. So, komm. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Was ist denn da alles drin? Oh, das sieht aber toll aus. Eine Menge. Unter anderem handgezuchte Trauben von ... Hier muss ich ja mal wieder sagen, optisch ist das ja wieder der Megaknaller. Aber bitte ess die Trauben wirklich mit Genuss, das sag ich euch. Und Sahne drin, ne? Ja. Cornelia? Prosecco und ... Du siehst das jetzt mit diesem Traubenschnitt. Daher das Prickelnde. Also, ich musste jetzt gerade noch mal nachfragen kurz, was alles drin ist, weil das so prickelnd war. Prosecco. Ja, ich hab vorher gerade nicht richtig zugehört. Schmeckt sehr lecker. Die Weintrauben da drin, schön frisch. Ich weiß, warum abgezogen, damit die Traubenhaut nachher nicht oben am Gaumen hängt, sondern besonders fein. Trauben sind nicht verkocht, sondern haben noch Konsistenz, ganz wichtig. Das gibt diese frische. Hühnchen ist perfekt gebraten. Kartoffelnest, da war ich noch gar nicht dran. Aber das sieht schon mal spektakulär aus. Ja, irre. Mh, das ist wunderbar knusprig. Klasse Gericht. Dankeschön. Sehr super. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Optik, wie immer bei meinen Kolleginnen und Kollegen und jetzt bei einer Küchenschlachtgewinnerin, eine absolute Eins. Ich kann mir ständig irgendwas klauen, in einem Kartoffelnest, finde ich eine Sensation. Putenbrus war natürlich butterzart, sehr, sehr lecker. Die Soße mag ich. Wenn die ohne Weintrauben machbar wäre, wäre für mich ein großer Erfolg, weil ich mag keine Weintrauben. Gar nicht? Nein, ich mag keine Weintrauben. Leider Gottes nicht. Wein, ja. 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 Weil es ist immer so wie Wein, der nicht fertig geworden ist. Also, Soße, super lecker, also ein tolles Gericht, finde ich sehr, sehr geil. Würde ich gerne so können. Danke. Bravo. Mal probieren, Alfons. Ich hab ja wirklich das. Und? Bist dufrieden? Ich meine, es ist zwar für euch alle eine Hähnchenbrust, keine Putenbrust, aber... Was war das denn für ein Tier? Hähnchenbrust. Hähnchen ist es. Da ist der Cousin von der Pute. Jetzt bin ich total stolz, dass ich das erste Mal was schaffe, ins Publikum zu tragen. Irgendwie bin ich immer so im Druck, dass ich das noch nie geschafft habe. Dann mach mal. Viel Vergnügen. Ja. Alfons, wie schmeckt das Essen? Gut. Sehr gut. Es ist einfach früh. Soße gut. Butter weich. Was willst du da meckern? Das ist ein Schwan, das ist krass, das ist weich, das ist fruchtig. Das hat ein Speed, das hat eine Säure, das hat ein Gewürz. Das schmeckt. Nehmen wir einmal weg. Wunderbar. Also, Alexander hat allen Grund stolz auf die Mama zu sein. So, dann machen wir uns jetzt über das Dessert her. Ja. Der spinnt. Oh, er kommt jetzt hier mit Eis. Guck mal. Ja, das sieht sehr gut aus. So. Jetzt kommt schon eine Kugel oben drauf, oder? Man könnte gerne die oben drauf machen. Warte, warte, warte. Was ist denn da? So, unser Schokoladenbrunnen ist gut im Einsatz. Wir haben oben noch schräg getraut. So, das ist jetzt dieses weiße Kaffee-Eis. Weißes Kaffee-Eis, ja. Was macht der dann? Noch mal eine Kugel drauf. Noch eine? Was war das jetzt für ein Trick, Johann? Vielleicht, wenn noch eine geht, machen wir noch eine drauf. Kleine oben drauf. Schau mal, schau mal. Räpp jetzt die Hand, damit es besser rausgeht. Um Wärme entstehen zu lassen. Ja, ja. Eine oben drauf. Macht mein Italiener nicht. Super. Gut. Jetzt wird's noch mal ein Schalat. Jetzt wird's noch mal ein Schalat. Jetzt wird's noch mal ein Schalat. Ist's fertig? Ein kleines Dessert, Johannes. Guck mal. Da hast du das. Du hör mal, ich bin schon mit 2 Löffel ausgerüstet. Alfons, sag uns mal bitte, was wir hier genau sehen. Wir haben hier Würz, Schokoladenbrunnen, also ich hab reingegeben ein bisschen dieses arabische Kaffeegewürz von mir, dann ein bisschen Orangenschale und einfach ein bisschen Kakaobutter, damit das, sonst wäre das ein Stockdessert, hab das praktisch schon am Wasserbad flüssig gemacht. Und hier haben wir diese Rosenblätter-Zimtwafel oder Rosenblüten-Zimtwafel. Und da hab ich ein bisschen so ein Muster gemacht mit Sauerraum und ein bisschen Himbeere. Und das haben wir diese Fruchtspieße, die wir eintauchen, in Haselnuss-Krokant oder hier in Mandeln oder Pistazien. Das kann doch jeder machen, wie der will. Das ist sehr lecker. Das ist dein Thema. Und da hab ich was ganz was Tolles. Und zwar, das sind gefriergetrocknete ... Das ist gefriergetrockneter Ingwer. Und der ist so geil. Fühlt sich an wie Marshmallows? Kann man ja abnimmt. Aber wir werden mal sehen, wie die tolle Schärfe kommt. Und durch, dass das Fett ist, dass das Kakao ist. Übrigens 70-prozentige. Ja. Und man weiß, wie man 30 Gramm Schokolade am Tag isst. Das ist wahnsinnig gesund für das Bindegewebe, für das Blut, für die Blutgefäße, etc. und so weiter. 30 Gramm! Dankeschön! Mit nicht drei Toffeln. Deswegen hat Horst auch so ein wahnsinnig gutes Bindegewebe. Deswegen hab ich ja auch keine Orangischenrautsch. Ich würde ja gerne mal was von der Waffel probieren. Man kann ja jetzt schon wieder mal eine töten. Ja klar. Mit diesem Schokoladenbrunnen schlecht nach vorne. Alexander, hättest du Lust mal ein bisschen zu probieren, zur Feier des Tages? Schokolade? Magst du mal nach vorne kommen? Komm! Wer möchte noch? Probieren wir die Waffel. Probieren wir das Eis. Probieren wir das Eis mal bitte. Wer ist noch so ein Schokoladenliebhaber, ein ausgesprochener? Schokolade? Schokolade? Dann kommen Sie mal. Und Sie auch. Einfach mitkommen. Alexander, hier. Komm mal. Ach, hast du froh. Dann probier mal. Nicht zerstören. Na ja, wir haben das gemacht. So, bitteschön. Sie kommen woher? Aus Sottrum. Aus Sottrum? Ja, in der Nähe von Bremen. In der Nähe von Bremen? Sie auch. Auswärten. Wo ist das? Zwischen Hamburg und Bremen. Genau. Bitte einmal ran hier an den Schokoladen. An den Nachttisch. Horst, jetzt machen wir Platz. Komm. Machen wir Platz. Ja, Kükenparty. Eben, Geburtstagsparty. Geburtstagsparty. Also, was ich nicht empfehlen kann, ist das hier. Nein, da kriegst du Pickel von. Einmal müssen wir probieren. Einmal müssen wir probieren. Also, kurze Expertise jetzt mal. Johann? Also, ich finde, das ist heute der Beweis, dass man eine Party wirklich mal machen kann. Nicht nur Würstchen oder Schnitzel oder Steak, sondern was Neues machen. Sieht gut aus. Einfach in der Herstellung. Tolle Ideen. Einfach nachmachen, oder? Ja. Danke schön. Komm Elia? Also, das hier ist natürlich auch sehr, sehr spaßig. Und kommunikativ abgesehen davon, dass es super gut schmeckt. Ja. Im Grunde ist dieser Schokobrunnen auch sicherlich so eine Flirtmaschine eigentlich. Absolut. So eine getarnte, ne? Also, ich wollte mir auch gleich jetzt einkaufen. Isst du auch so gern Schokolade? Ja. Johannes, und findest du's? Ich find's sowieso klasse, weil man viele verschiedene Dinge mit kombinieren kann. Bei der Schokolade kann man auch noch, ich sag mal, man könnte auch ein bisschen Rum oder etwas noch dazu machen. Also, man kann das selber auch parfümieren. Würde es noch komponikativer machen. Würde es noch kommen. Man kann den Rum erst mal so probieren und dann mit Schokolade. Man kann die Gewürze erst mal so probieren und dann mit Schokolade. Also, es gibt da eine ganze Menge drüber zu reden. Und vor allem, das schmeckt einfach sehr gut. Das ist unglaublich gut. Aber wenn ich da nur 30 Gramm essen möchte, hab ich Schwierigkeiten. Ja. Man kann ja mal das Wochen-Kontingent an einem Tag nehmen. Ja. Also, ich würde mal sagen, wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, was heute hier so gekocht worden ist, dann ist von Johannes das Party, von Cornelia ist Party und das hier ist Party. Ich habe ein Thema ein bisschen verfehlt. Ich habe eine Party draus gemacht und die junge Dame hat ein ganz tolles Essen gemacht, aber nicht für eine Party. Applaus Oder ist es nicht, Cornelia? Ich habe schon gesagt. Ja. Bist du eher auf der Schokoladigen Seite oder eher auf Eis? Also, ich finde diese Schokoladen-Flirt-Geschichte super. Vielleicht wollen wir uns verloben, dann kaufen wir uns so ein Ding mit Licht als Nachtkonsorschen. Ich wünsche mir das von euch allen zum Geburtstag. Ich nehme vor. Bei dir haben wir uns verloben, dann hier ein Lämpchen drauf und dann ein Nachtkonsorschen und dann abends wieder wach. Wurst noch mal so. Jetzt hast du es doch gesagt. Entschuldige. Vielen Dank, Claudia. Schön, dass du da warst. Alexander. Auch Sie beide. Vielen Dank. Es ist ja jetzt deutlich nach 0 Uhr. Wir haben heute hier eine schöne Geburtstagsparty gefeiert. Menschen haben irgendwo in Deutschland halbnackt im Bett, wie wir eben gehört haben, Geburtstag. Ich finde, wir singen jetzt einmal Happy Birthday, verabschieden uns mit dem Hinweis, dass jetzt die Kollegen von heute Nacht kommen. Bis zum nächsten Mal. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. HAPPY BIRSTEADY TO YOU. HAPPY BIRSTEADY TO YOU. Fantastisch. Danke auch.